Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer weiteren Folge der ÖPNV News hier am Sonntag. Schön, dass du wieder einschaltest. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist nichts Gutes, denn das ist ja ein Notfallvideo, welches wir jetzt nochmal erstellen mussten, denn blöderweise ist mir gestern ein kleiner Unfall passiert beim Hochladen des originalen ÖPNV News Video. Dementsprechend ist das jetzt hier bloß eine kurze, schnelle Variante von dem, was eigentlich heute hier hätte erscheinen sollen, denn das Ganze ist fehlerhaft hochgeladen worden und so schnell wie ich auch war, habe ich natürlich auch alles von der Festplatte gelöscht. Dementsprechend war alles weg, fehlerhafte Datei war oben und dementsprechend, ja, hättet ihr jetzt nichts gucken können, wenn ich jetzt das Ganze nicht schon schnell reagiert hätte und dementsprechend jetzt hier diese kleine Folge aufgenommen habe. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Ganze gefällt. Wir drücken die Daumen, dass eventuell doch noch das Original nochmal bearbeitet wird. Also von daher würde ich sagen, wir legen jetzt los mit den ÖPNV News. Bleibt kurz dran. Und damit geht's los mit Lotus, denn Lotus zeigt ein erstes Bild von der KI. Im Forum sind erste Bilder aus der Entwicklung von KI-Passagieren aufgetaucht. So sieht man eine übermenschlich große Manfred-Figur auf der Berlin-Karte von Urelos Software GmbH. Was es damit auf sich hat, ist allerdings noch nicht bekannt. Erwartet uns hier demnächst vielleicht ein neues Update. Sieht den Manfred aus oben sieht doch recht ähnlich. Was denkt ihr, kann er den Namen Manfred behalten oder passt doch eher ein Norbert dazu? Welchen Namen würdet ihr diese Figur geben und was sagt ihr zum Aussehen von dieser hübschen Figur? Ein weiteres neues Update ist ebenfalls erschienen für den Lotus-Simulator. Und zwar ist ein neuer Nightly-Patch jetzt erschienen. Diesen könnt ihr jetzt runterladen. Größte Änderung hier ist wohl, dass es jetzt eine Performance-Schubgab, welches die Nachladerugler so ein bisschen in den Griff kriegen soll. Also dieses Vorausladen. Dementsprechend wollt ihr euch das Ganze schon mal angucken, könnt ihr euch das Ganze runterladen. Aber ihr könnt natürlich auch warten noch ein paar Tage, denn wird das Ganze natürlich offiziell zum Donut bereitstehen. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Der Link ist unten in der Videobeschreibung mit drin. Lotus Team Basel hat ebenfalls ein paar Bilder präsentiert im Lotus-Forum. Dementsprechend sieht man jetzt hier ein paar neue Fahrzeuge. So aktuell heißt es aus dem Forum, Neues in Lotus sind rar gesät. Allerdings hat Team Basel mal ein paar neue Bilder veröffentlicht. Leider hier nicht zu sehen. Zwei Fahrzeuge für den Lotus-Simulator, eine Straßenbahn BE 4-6 der 100er Serie und ein Bus der Mercedes-Benz C2 Hybrid der neuesten Generation, Baujahr 2020. Releaseterminen gibt es nicht. Auch ist nicht bekannt, ob es Freeware oder Payware wird. Der Link unten in der Videobeschreibung. Auch gibt es mal wieder Neues von Transom World 2. So ist es jetzt aktuell. Transom World 2 ist ab sofort bei Steam erhältlich zum Vorbestellen. Auf der Xbox One und der Playstation 4 wird das Ganze eventuell nachgereicht oder komplett weggelassen, sodass ihr das zum Release direkt kaufen könnt. So kostet die Standardversion 29,99 Euro und die Deluxe Version 49,99 Euro. Vorbesteller erhalten einen Rabatt. Zudem gab es wieder mal neue Bilder, die einen neuen Vorgeschmack auf Transom World 2 machen. Auch hatte der Entwickler vor einigen Tagen einen Livestream gemacht. Dort seht ihr erstes Gameplay-Material zu Transom World 2. So könnt ihr euch einen ersten Eindruck zu Transom World 2 machen, falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch das überhaupt holen sollt. Dementsprechend die Links sind unten in der Videobeschreibung. Am besten dort mal vorbeischauen. 3D-Zug hat ebenfalls ein neues Bild veröffentlicht. So gibt es hier mal wieder ein neues von dem ICE von 3D-Zug. Dass ein neuer ICE 3D-Zug erscheint, ist kein Geheimnis mehr. 3D-Zug baut gerade für Trainings im Monat 2020 einen neuen DEC. So heißt es aktuell auf Facebook. Neue Schrift und Rollos. Es steht noch einiges an Kleinkram an. Wir machen letzte Änderungen und testen alles, bevor der Zug in ein paar Wochen zu euch kommt. Im August aber wird es definitiv. Auch hat man schon bestätigt, dass man sechs Aufgaben liefert, aber für virtuelle Strecken ist noch nicht bekannt. Sobald es hier wieder neue Informationen gibt, erfahrt ihr es hier bei uns selbstverständlich. Auch der Bus-Simulator 18 bekommt ein neues Update. So heißt es aktuell. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Arbeiten am nächsten Update für PC und Konsolen sind bereits in vollem Gange. Der Patch eine ganze Reihe der von euch gemeldeten Probleme mit dem neuen Bus-Pack DLC beheben. Darunter auch die Probleme mit den Scheinwerfetexturen und den gasigen Türblockierern. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir euch das Update bereits im Laufe der kommenden Woche bereitstellen können. Also Daumen drücken. So heißt es aktuell auf der Facebook-Seite von Astragon. Machen wir weiter. Gehen wir zu einem weiteren Mini-DEC. DEC eventuell, das wissen wir noch nicht, OMSI Projekt Gladbeck hat sich zu Wort gemeldet. Und zwar Projekt Gladbeck plant wieder was Neues. Ob kostenlos oder ein Mini-DEC ist nicht bekannt. Release-Termin dafür gibt es auch noch nicht. Allerdings sieht man auf dem Bus die Linie 721. Diese Linie ist in keinem der DECs enthalten. Wenn es hier wieder was Neues gibt, erfahrt ihr es hier bei uns. Auf dem Bild sieht man auch noch Düsseldorf Flughafen. Könnte auf jeden Fall eine interessante Sache sein. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Auf der Seite von Projekt Gladbeck, auf der Facebook-Seite, findet ihr sogar noch ein, zwei weitere Bilder. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ein neues Projekt ist bekannt geworden. Und zwar handelt es sich hierbei um eine OMSI 2 X10-Erweiterung. Eine neue Erweiterung für OMSI 2 ist in Entwicklung. Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung für das X10-Addon, welches auch benötigt wird. Zudem braucht man für diese Erweiterung noch das Add-on Bad Hügelsdorf 2020. Der Rest der Objekte sind alles Freeway-Objekte. Die neue Erweiterung enthält die Linien 249 vom Zoo nach Roseneck, 310 U-Bahnhof Blisselstraße nach U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße und die Linien 309 U-Bahnhof Wilmersdorf nach Schlossplag. Weiter heißt es, reale Baustellen und Updates, je nachdem ob neue da sind oder bestehende, verschwinden und im allgemeinen realen Überarbeitung. Der Bus gibt es auch was Neues. Der DL, der ist derzeit bereits gemodet worden. Aber es wird nochmal alles überarbeitet mit neuem, besseren Dash, neuem BVG Atron, Seitenschild an der Front und all sowas. Wann dieses Projekt fertig ist, ist allerdings noch nicht bekannt. Sämtliche Bilder sind aus einer sehr frühen Version. Aktuell bauen zwei Leute an diesem Projekt. OMSI Berlin Verkehrsbetriebe und Projekt 124. Es werden hier noch Objekt- und Kreuzungsbauer gesucht. Falls ihr Lust habt, an einem Projekt mitzuwirken, schreibt die Jungs einfach an. Mehr dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann eine neue Berlin-Karte. Projekt 124 ist für einige vielleicht schon ein Begriff. Andere wiederum können damit nichts anfangen. Eine neue OMSI 2-Karte namens Berlin 124 Real. Aktuell an diesem Projekt arbeiten BVG Fan 05 und Jason. Aktuell, so heißt es auf Webdisk, ich stelle heute mein Projekt Berlin 124 vor. Diese habe ich bereits im OMSI Forum vorgestellt. Es werden die Linie 124 von Orbertstraße bis Alt-Heiligensee und die Linie 154 E von Orbertstraße bis Alt-Blankenburg gebaut. Die Map ist ganz am Anfang und daher kann ich nicht abschätzen, wie lange ich brauchen werde. Ich versuche, so oft wie möglich Updates zur momentanen Lage zu bringen. Auch hier werden wieder Objekt- und Kreuzungsbauer gesucht. Falls ihr Lust habt, an einem Projekt mitzuwirken, schreibt die Jungs gerne an. So weit, so gut. Kommen wir mal zu unserem British Content. Und da gab es auch ein bisschen was. Und zwar der Masterbus Vailing Pack. Master Switch Studios hat auf dem Virtual Hub Discord Server neue Informationen zum Master Switch Vailing Pack veröffentlicht. Vailing ist eine große Multigenerationsreihe der Eclipse Serie von Raidbus. In dem Pack werden vollständige bedienbare Fahrzeuge der Raidbus Eclipse Serie enthalten sein. Als auch ein fiktiver Gelenk Vailing 3. Die ersten Fotos von außen und innen wurden bereits veröffentlicht auf dem Virtual Hub Discord Server. Das eine Bild seht ihr hier. Das In-Game-Bild müsst ihr dann direkt auf dem Discord euch anschauen. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Auch hat Studio Polygon 400 MMC ein weiteres Update bekommen. So ist es aktuell. Der Polygon 400 MMC hat ein neues Update bekommen, welches vier neue Setwars enthält. Bei den Scania-Versionen neue Low-Heights-Varianten, neue Wortgetriebe-Sounds und die Dateien wohnen größtenteils zu DDS-Dateien umgeändert, um schwächere PCs eine bessere Performance zu geben. Jedoch müssen hierbei die CTI-Dateien von eigenen Repaints nochmal abgeändert werden. So heißt es aktuell. Solltet ihr euch dafür ein Repaint erstellt haben, müsst ihr das Ganze jetzt nochmal machen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Karte. Edinburgh Air Link. So ist aktuell das neue Projekt, welches jetzt vorgestellt wurde. Edinburgh Air Link. Dies ist eine Karte, die auf der Reallinie 100 von Stadtzentrum Edinburgh zum Flughafen Edinburgh. Jedoch könnten weitere Linien vom Air Link folgen. Dazu wird es dann noch zeitnah Infos geben. Was könnt ihr von dieser Karte erwarten? Eigene Gebäude in einer sehr guten Qualität. Eigene Straßentexturen und Splines. Optimierte Kreuzungen und Texturen. Repaints für diverse Busse. Ca. 30 Minuten Fahrzeit je Fahrt eine Straßenbahn von BKG. Der Release ist für Mitte 2021 angesetzt. So aktuell das Ganze von Fellow Films. Und das war es eigentlich von den News. Kurz und schmerzlos musste ich das Ganze jetzt hier unterbreiten. Ohne Schnickschnack und Hall. Sowas. Ich hoffe, ihr könnt mir das Ganze entschuldigen. Wie gesagt, ich drücke selber jetzt noch die Daumen, dass das Ganze jetzt funktioniert. Dass vielleicht das Originalvideo wieder erscheint. Notfalls, wie gesagt, müsst ihr euch jetzt damit abgeben. Seid aber versichert, dass das ganze Ding nicht nochmal passiert. Das schwöre ich. Und dementsprechend sollte es ab der nächsten Folge dann hoffentlich wieder normal mit ein bisschen aufgehübschter Variante wieder verfügbar sein. Deswegen, ja, ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns zu den nächsten ÖPNV-News nächste Woche Sonntag hier wieder. Ich beabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich beabschiede mich, bedanke mich, bedanke mich, bedanke mich. Ich beabschiede mich, bedanke mich, bedanke mich, bedanke mich.